Ab 1. März dürfen Sie wieder schneiden und föhnen, die geschätzten Friseure in Niedersachsen. Und wir freuen uns von Herzen mit Ihnen. Ab 1. März. Ab sofort sollen die Lieder der christlichen Gemeinden dagegen verstummen. So will es jedenfalls die neue Corona-Verordnung in Niedersachsen. Wörtlich heißt es dort in § 9, jeglicher Gesang der Besucherinnen und Besucher ist zu unterlassen. Bis vor wenigen Tagen war das noch anders. Da war Gesang erlaubt. Und nun das. Trotz einer stabilen medizinischen Situation, trotz, wenn auch vorsichtiger, Öffnungstendenzen in anderen Bereichen, soll der Lobgesang der Gemeinden erstmal schweigen, wenn es nach der Regierung geht. Aus mindestens drei Gründen können wir dazu nicht schweigen. Erstens. Gottes Wort fordert die Gemeinden ausdrücklich zum gemeinsamen Lobgesang für ihren Herrn auf. Dieser Dienst ist nicht verhandelbar. Auf unserer Homepage finden Sie ausführlichere Informationen dazu. Zweitens. Dieses Verbot ist in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einmalig. Sogar in davorliegenden Kriegszeiten hat es dergleichen nicht gegeben. Es bedeutet einen schwerwiegenden Eingriff in die inneren Angelegenheiten der Gemeinde und einen Angriff auf die ungestörte Religionsausübung gemäß Artikel 4 Grundgesetz, die uns ja garantiert ist. Und schließlich drittens. Viele Gemeinden im Land werden durch diese Maßnahmen eingeschüchtert und geschwächt. Und das in einer Zeit, wo die Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinden unseren Dienst und auch unsere Präsenz besonders dringend brauchen. Deshalb haben wir als Bekennen der Evangelischen Gemeinde Hannover heute am Freitag, den 19. Februar, einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Hannover eingereicht, durch eine Hamburger Kanzlei, die uns in dieser Sache vertritt. Damit verteidigen wir nicht nur das gemeindliche Leben der BEG Hannover, sondern es ist unsere Hoffnung, dass dadurch auch andere Christen in unserem Land, in ihrem Dienst unterstützt, ermutigt werden und dass sie ihren Dienst auch in vollem Umfang wahrnehmen können. Deshalb rufen wir zur Fürbitte auf. Zur Fürbitte für die Freiheit der Gottesdienste in unserem Land, für gerechte Entscheidungen der Gerichte und für einen Aufbruch in vielen Gemeinden. Wir danken den vielen, die uns darin unterstützen, diesen Weg weiterzugehen, durch ihre Gebete, durch ihr Mittragen, manche auch durch finanzielle Gaben. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts wird gegen Ende der kommenden Woche erwartet. Wir sind sehr gespannt. Von dieser Stelle aus werden wir zeitnah weiter darüber informieren, also bleiben Sie dran. Für heute grüßen wir aus Hannover mit der Verheißung in Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohlmachen.